Friedrich hat uns ein unsedimentales, charakterstarkes, reformbereites Gemeinwesen hinterlassen. Kein Volk, auch nicht das Unsrige, ist reich an vergleichbaren Persönlichkeiten, deren Maßstäbe weit über ihre Lebzeiten fortwirken. Es liegt an uns, sorgfältig mit ihrem Erbe umzugehen. Es gibt uns wohl aber auch das Recht, des alten Fritz 200 Jahre nach seinem Tod ohne Scheu mit Verehrung zu gedenken. Friedrich der Große war und bleibt eine der staunenswerten, überragenden Gestalten der deutschen Geschichte.